Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 23. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 622 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Klartext, ARM, Tesla, Hallen, Livestream, 8Core und OneDrive. Ich beginne gleich mit dem Schlimmsten der Themen, die ich heute für euch aufbereiten konnte. In den letzten Wochen, Monaten haben wir immer wieder mal berichten dürfen, hier in der Daily, aber auch im großen Geek Talk, im Mutterformat der News Nachrichten, dass es Dienste gibt in diesem Internet, die es einfach nicht ganz so gut nehmen oder ganz so klar, wie soll ich sagen, ganz so genau nehmen, wenn es um die Daten und um die Sicherheit der Daten der User, der sie haben, handelt. Wahrscheinlich etwas, was wir der DSGVO zu verdanken haben, denn seit die in Kraft ist, muss ja ein jedes Unternehmen, das auf irgendwelche Arten und Weise Daten verloren hat oder kontaminiert wurde und so weiter, das Ganze seinen Nutzern melden. Und deshalb tauchen wahrscheinlich in letzter Zeit ein bisschen mehr auf bei Facebook in den letzten zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten, würde ich sagen. Doch in Übermass, würde ich behaupten. Alles sehr, sehr unschöne Geschichten und eigentlich sollte man ja hoffen, dass jetzt endlich mal diese DSGVO in Kraft treten würde und es jemand da eine Klage in die Richtung werfen, täte und die Riesenbeträge, die man da hätte einfordern können, eingefordert werden. Neu dazugekommen ist jetzt Google und die übertreffen so ziemlich alles, würde ich sagen. Seit 14 Jahren liegen da Passwörter in Klartext auf deren eigenen Server. Gut, Google spielt das Ganze ein bisschen herunter, dass es ja nur ein kleiner Anteil der Nutzer sei und so weiter und so fort. Aber seit 2004 liegen diese Passwörter da nicht verschlüsselt. Mein Gott, ich meine, wenn das irgendwie so einer kleinen Bude oder einem Forum irgendwie passiert bei Menschen, die vielleicht nicht ganz so viel Ahnung haben, aber eigentlich denkt man ja bei Google, dass da Menschen mit Ahnung dahinter sind. Ziemlich, ziemlich unschön für all diejenigen unter euch, die ein G Suite nutzen, sollten vielleicht mal das Passwort ändern und auch die dahinterliegenden E-Mail-Konten etc. ein bisschen genauer absichern oder auch deren Passwörter ändern. Auch wenn Google sagt, dass anscheinend... Ja, genau. Google sagt, ein Problem ist aufgetreten. Genau, das passt. Auch wenn sie sagen, dass anscheinend nichts passiert ist mit den Konten, deren Passwörter frei dargelegt sind und die auch schlecht erreichbar waren. Aber ja, das Nächste, was nicht ganz so schön ist, ist sicherlich Huawei. Die haben nicht eine schöne Woche, wie man sehen kann. Haben nach Google, Intel, Qualcomm und auch Microsoft verloren als Geschäftspartner und direkte Unterstützung. Und da geht es jetzt weiter im freien Fall. Dieses Mal nicht direkt ein amerikanisches Unternehmen. Ein in Britannien ansässiges, aber auf amerikanische Technologie setzendes Unternehmen. ARM, dessen Chips in fast jedem Smartphone drin sind. Also die meisten von euch, die ein Smartphone haben, werden ein ARM-Chip in der einen oder anderen Variante haben. Ja, die dürfen und wollen jetzt auch nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten. Es wird also knapper, denn bis jetzt sagte man ja so salopp, dass sie mit Qualcomm nichts groß am Hut haben, weil sie selber eigene Prozessor bauen. Aber die basieren halt eben, leider oder wie auch immer, auf ARM-Prozessoren. Wir werden sehen, wo es da weitergeht, mit eigenem Betriebssystem oder nicht und wie auch immer. Weiter geht es mit der Tesla. Und da gab es jetzt Neuigkeiten von einem Analysten. Wieder mal ein Analysten. Ja, 2013 hat anscheinend versucht, Apple Tesla zu kaufen. Und zwar zu einem Preis von 240 Dollar pro Aktie. Das war ein sehr, sehr hoher Preis für damals, wenn man bedenkt, dass heute die Aktie bei 205 Dollar liegt. Also Apple hätte deutlich mehr bezahlt, als der Preis der Tesla heute wert ist. Ja, wenn sich das im Nachhinein dann mal nicht als Fehler ausstellt. Aber anscheinend soll, zumindest so laut Analyst, Apple nach wie vor daran interessiert sein. Und aktuell, ja, was hat Elon Musk vor kurzem gesagt? Wenn es so weitergeht, 18, 8, ich weiss nicht mehr, wie viele Monate gibt er dem Unternehmen noch, bis sie Bankrat sind. Somit, wer weiss, vielleicht schlagen sie ja dazu. Da gibt es ja generell Neuigkeiten aus dem Projekt Titan Umfeld. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, Projekt Titan ist der Projektname oder der Übername für das iCar, für das Apple Car Prinzip, für die Software, was auch immer sich dahinter verbirgt. Eigenes Auto oder nur Software oder Hardware und Software für externe Anbieter. Das wissen wir nicht genau. Aber anscheinend baut man bei Apple fleißig weiter grössere Hallen, um in denen eben Tests zu machen, mit eben was auch immer da dann schlussendlich rausschlüpft. Spannend, spannend und wer weiss, vielleicht hören wir ja bald mal irgendwas in der Richtung. Würde sicherlich nicht nur mich freuen. Wo wir bald was hören von Apple ist die kommende WWDC. Anfang des nächsten Monats, genauer gesagt am, wo haben wir, den 3. Juni, ab 19 Uhr ist es soweit. Dann startet die Keynote und es gibt sie nicht nur auf Twitter, sondern auch in diesem Jahr wieder mit einem Livestream. Wer also nicht live vor Ort ist, der darf das Ganze anschauen oder in den diversen Tickers lesen. Oder dann bei uns im Geek Talk News Podcast, zwei Tage nach dem Event, wenn das Ganze sich ein bisschen gesetzt hat, reinhören. Und dann werden wir nämlich die Aufnahme dazu machen. Was es auch sicherlich gibt, ist in der Daily von dem jeweiligen Tag, am 3. Juni logischerweise, dann die Neuigkeiten daraus, die wir schon kennen. Eines habe ich noch aus dem Bereich Apple, denn da hat Apple jetzt ziemlich still ein neues MacBook oder nicht ein neues, sondern ein Update auf ein MacBook vorgestellt. Das hört auf dem Namen MacBook Pro. Ist nichts Neues, die Innereien sind aber neu. Neu gibt es das nämlich mit einem 8-Kern-Prozessor. 13 oder 15 Zoll und ist somit bis um mit 40% respektive doppelt so schnell wie Vorgängermodelle. Ein richtiger Kraftprotz, der viel Freude macht und schöne Technik verbaut hat für auch einen angenehmen Preis oder einen intensiven Preis, wie man es auch immer sehen möchte. Man kann den hochskalieren bis irgendwie, glaube ich, auf mehrere tausend Schweizer Franken. Wer mag, der darf. Ich würde ja gerne. Microsoft hat grössere Neuigkeiten durchgelassen im Bereich OneDrive. Während der SharePoint-Konferenz 2019 hat man nämlich einige Neuerungen und generell um Office 365 vorgestellt. Unter anderem eben auch für OneDrive. Und bei OneDrive ist es so, dass es jetzt diverse neue Funktionen hat. Am besten den Link, den ihr in den Shownotes findet, anklicken und durchlesen, wenn euch das Ganze interessiert. Was ist da dabei? Ein bisschen mehr künstliche Intelligenz, die Ausschnitte von Dokumenten und oder auch nur Textbereiche analysiert und besser auffindig macht. Es gibt beim Hoover-Effekt, also wenn ihr mit dem Mauszeiger über eine Datei geht, umfassende Ansichten von Änderungen der letzten Version und so weiter und so fort. Eine Funktion gefällt mir für später, heisst die und ja, fördert die Prokrastination. Yippie, in dem Sinne, auf dass ihr heute nicht wirklich was zu prokrastinieren habt und den Tag erfolgreich über die Bühne bringt. Euch einen schönen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder, am Freitag. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.